Das BNE, das Brutto-National-Einkommen, ist die Leistung aller Deutschen, egal wo. Die Leistung aller Deutschen, egal wo, das ist das Brutto-National-Einkommen. Das heißt, das Brutto-National-Einkommen stellt ab auf die Nationalität. Also auch eine deutsche Ingenieursfirma, die in Dubai ein Hochhaus baut, kreiert eine Wertschöpfung, die das Brutto-National-Einkommen erhöht. Weil es Deutsche sind. Egal wo. Egal wo. Das sind deutsche Freienzahlen, oder? Steuern, lassen wir das mit den Steuern mal weg. Weil es Deutsche sind. Das Brutto-National-Einkommen stellt ab auf die Nationalität, egal wo auf der Welt diese Wertschöpfung kreiert wird. Das Brutto-Inlandsprodukt ist die Leistung in Deutschland, egal von wem. Die Leistung in Deutschland, egal von wem. Das Brutto-Inlandsprodukt stellt also ab auf die Landesgrenzen. Also auch die Wertschöpfung von McDonald's, amerikanisches Unternehmen, aber in Deutschland präsent. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020